So, hier stehst du? Okay. Du kannst auch umfahren. Oh, okay. Okay. Die ganze alte, 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 die immer die raus, okay? Okay. Okay. So, hast du schon an? Ja. Okay. Du darfst auch gerne deine Rüst sagen. Was wünschst du dir in diesem Zustand? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir einfach Frieden, wirklich Frieden und Harmonie. Und dieses Thema Locklassen, ne? Dieses Schmerzen Locklassen, okay? Okay. Okay. Mein Herz, Rüst an mir, einfach entspannst du dich und genießt das, okay? Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018